Hallo und willkommen zu anderthalb Jahre Opel Mokka E. Wir haben damals ein Auto für die Stadt gesucht. Kompakt, leicht zu parken, fürs Einkaufen, aber für die Stadt. Und da ist er, der Frosch. Grün, kompakt, handlich, übersichtlich. Der Wagen hat jetzt so um die 12.000 Kilometer runter, fast ausschließlich innerorts oder auf der Stadtautobahn. Wir haben eine Millionenstadt in unmittelbarer Nähe, aber wir sehen eigentlich keine Veranlassung öfters dort hinzufahren. Daher ist das vielleicht dreimal oder so in anderthalb Jahren der Fall gewesen. Bei der Bestellung habe ich damals auch eine Wallbox bestellt, die Loadsharing kann und in der Garage installiert werden sollte. Der Elektriker hat mir dann die schlechte Nachricht überbracht, dass der Verteilerkasten im Keller falsch angebracht wurde und daher erstmal kein zusätzliches Kabel angeschlossen werden kann. Ich musste also immer außerhalb laden. Anfangs war das auch super, also sehr leicht, weil all die Lidl, Ikea und so weiter, die waren gratis und ich konnte monatelang ohne größere Kosten laden, musste aber das Ladekabel Typ 2 dazukaufen, war nicht im Lieferumfang enthalten. Aber als es dann immer mehr Autos wurden, also die elektrisch geladen werden wollten und so mancher Tesla dann die volle Stunde vor dem Aldi stand, während der Fahrer gelesen hat oder ein Videospiel gespielt hat, war mir das zu blöde und ich habe einfach nur normal geladen. Wir haben Glück und haben eine Ladesäule mit zwei Anschlüssen um die Ecke und einen Schnelllader neben einem Edeka nur wenige Minuten entfernt. Und seitdem Aldi Geld nimmt fürs Laden, hat sich das da auch entspannt und die Schnorrer bleiben weg. Also fahre ich, wenn ich zu Aldi oder Lidl fahre oder was immer, etwas aggressiver und stelle so sicher, dass alle Akkuzellen wach sind. Denn der Wagen hat keine aktive Akkukonditionierung, leider. Aber so geht es auch. Dann gehe ich halt einkaufen und wenn ich fertig bin, ist der Wagen voll, also auf etwas über 80% geladen. Und hier geht das Konzept voll auf, weil ich nicht nur den Einkaufszettel abklappere, sondern etwas trödeln muss und dann auch Sachen kaufe, die ich nett finde, aber die nicht unbedingt nötig gewesen wären. Naja gut, Aldi und Lidl oder was immer, die werden sich freuen. Das Anschließen der Ladekabel ist wirklich easy. Die riesige Klappe gibt auch viel Platz zum Anschluss, aber sie ragt sehr weit aus dem Wagen raus. Also vor allen Dingen, wenn man teilweise links die Ladesäule hat und da ein Fahrradweg ist, da habe ich immer Schiss, dass da irgendwie ein Fahrradfahrer das nicht sieht und dann gegen die Klappe rauscht, weil die schon bestimmt so 25 cm rausragt. Und die Position hinten links ist mal praktisch, meist aber nicht. Also ich finde, da sind Nasenlader irgendwie besser dran. Leider wird eine Ladekurve beim Laden nicht angezeigt, obwohl sich der Wagen mit seinem 400 Volt Akku und bis zu 100 Kilowatt laden lässt und sich hier nicht verstecken muss. Wir haben hier die Automatausstattung, bei der alles drin ist und man nur entscheiden muss, ob die Fronthaube schwarz sein soll oder der Dachhimmel weiß oder was immer. Und da kommen wir auch schon zu den Innereien des Wagens selber, der als Plattform, das muss ich jetzt immer wieder betonen, als Plattform ist der richtig super. Also AC laden mit 11 Kilowatt ist ausreichend schnell und da er eben DC 100 Kilowatt kann, theoretisch zumindest, ist die Ladezeit bei einem quasi Schnelllader mit DC wo immer eine Sache von Minuten und nicht drei Stunden, wie an der öffentlichen 11 KW Ladesäule. In der Stadt habe ich dann im Sommer so an die 400 Kilometer, die der Akku durchhält. Im Winter sind es manchmal leider nur, naja, so 250, je nach Außentemperatur halt. Auf der Autobahn ist es ganz schlimm, weil der irgendwie, ich weiß nicht, eine Aerodynamik hat vom Schifferklavier oder sowas, weil sobald man da über 110, 120 fährt, dann geht der Verbrauch rasant nach oben. Ja gut, aber wenn ich sparsam fahre, komme ich auf einen Verbrauch von, sagen wir mal so um die 12 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Allerdings im Sommer und das ist in meinen Augen eigentlich perfekt, das ist effizient. Im Winter ist es dann schon schwer unter 20 KW zu kommen, also auf 100 Kilometer. Und die die Rekuperation, die ist, naja, so lala und es gibt auch eben kein One-Pedal-Driving bis zum Stillstand. Die für mich normale, weil sinnvolle Rekuperationsstufe, die muss ich vor jeder Fahrt neu einstellen. Aus mir unerfindlichen Gründen kann sie nicht voreingestellt werden. Da ist immer die niedrigere Stufe voreingestellt. Und das ist einer der vielen Nörgel-Punkte, die ich hier habe. Was ich klasse finde, ist die serienmäßige Wärmepumpe, die den Wagen in Minuten mollig warm bekommt. Die kann ich auch manchmal, das heißt, naja, bei einer in meinen Augen sinnfreien Minimalladung von 50 Prozent, also state of charge, der Akku muss 50 Prozent haben, bevor ich das vorher einstellen kann, also über eine App, so dass ich dann morgens in einen vorgeheizten Wagen einsteigen kann. Das beheizte Lenkrad und die Sitze, das ist schon super, um im Winter dann nicht leiden zu müssen, ohne dass der Verbrauch, das ist auch wieder, der geht nicht irgendwie in schwindelnde Höhen. Das habe ich eigentlich mal erwartet. Und die Kühlung im Sommer funktioniert ebenfalls richtig gut. Übrigens schätze ich den Komfortstromverbrauch insgesamt so auf circa 12 Prozent. Also braucht man vor einem Steckenbleiben im Winter auf der Autobahn keine wirkliche Angst zu haben. Also das nächste Thema ist dann, wo wir jetzt gerade im Innenbereich sind, die Anzeige, also die Hauptanzeige, die vor einem ist. Und die kann ich einstellen und mir zum Beispiel auch Komfortstrom anzeigen lassen. Ich habe mich für diese Variante entschieden, eine von sehr vielen Kombinationsmöglichkeiten. Also da muss ich sagen, das ist sehr gut gelungen und sieht auch harmonisch aus. Also da finde ich das wesentlich besser als das, was zum Beispiel ein VW bietet. Und ich finde es besser als das Minimalistische aus dem Tesla 3 oder so. Auf dem Mediashirm rechts, also das ist alles nur Blende. Das sieht alles so aus, wie aus einem Stück, ist aber gar nicht. Das sind zwei Bildschirme und rechts habe ich dann meist den Verbrauch. Kann aber auch auf Kartenmodus wechseln oder das kann dann entweder vom eingebauten Navi oder vom Android Auto kommen. Das ist auch wieder so eine komische Sache. Das Telefon selber kann ohne Kabel also induktiv geladen werden. Da legst du einfach nur rein und wird das geladen. Aber zum Anschluss brauchst du wieder ein Kabel. Das ist irgendwie ein Anachronismus. Und in meinen Augen idiotisch, laden Kabel los, aber Anschluss mit Kabel. Naja, die Franzosen waren schon immer etwas eigen. Das Doofe ist, dass wenn ein Kabel angeschlossen ist, dann passt das Telefon nicht mehr in die vorgesehene Stelle. Das wäre dann höchstens noch möglich für ein kleineres Telefon, was aber heute kaum noch erhältlich ist. Was auch seltsam ist, dass die Anzeigen für alle Systeme hier im Menü aktiviert werden, aber wie eben gezeigt, die Heizungseinstellung separat über einen eigenen Schalter gestartet werden muss, aber dann wieder auf dem Bildschirm eingestellt wird. Hier ist dann auch ein weiterer wohl mein stärkster Nörgelpunkt, die voreingestellte Klimaanlage. Warum das sein muss, verstehe ich nicht. Die muss sich jedes Mal ausschalten. Weil, also die trägt dann doch ein bisschen, also oder naja, sogar erheblich, finde ich, zum Verbrauch bei. Und ohne, ich finde, die liefert kaum einen erkennbaren Mehrwert, es sei denn, im Sommer will man wirklich kühlen. Positiv wiederum finde ich die Lösung mit richtigen Knöpfen an der Heizung, die man auch während der Fahrt spürt und auch regeln kann, ohne hinsehen zu müssen. Naja, die Knöpfe für die beheizbare Heckscheibe und Spiegel, sowohl die Frontscheiben, die sind nur sehr schwer erkennbar, obwohl hier eigentlich genug Platz wäre für größere Anzeigen. Und auch darf man sich nicht täuschen lassen, die Knöpfe und Anzeigen, das heißt also das, was hier oben doppelt angezeigt wird. Die suggerieren zwar zwei Klimazonen, sind aber lediglich zwei Anzeigen für dieselbe Einstellung. Die, naja, gut, funktioniert tadellos, aber ich finde, die Anzeige hätte auch das einfache ausfallen können. Also für mich ist das Ganze mit Heizung und Kühlung also schnell und effizient. Und die Bildschirme, also die täuschen, naja, wie hat der gesamte Wagen, mehr Größe vor, als tatsächlich vorhanden ist. Es gibt einen riesigen, also mehr gut, so einen Trauerrand, der nicht benutzt wird. Und die aktive Anzeige, zum Beispiel der Navigate, ist nochmal um einiges kleiner. Eine aktuelle Temperaturanzeige, also für den Innenraum, gibt es nicht. Und die Außentemperatur ist, na ich sag mal, sehr tolerant und eher als Trendanzeige verwendbar. Das war vorher beim Audi und dann beim Seat war das schon anders. Und das Navi ist eine abgespeckte TomTom-Version, die leider nicht mit den Assistenzsystemen gekoppelt ist. Auch gibt es keine integrierte Routenplanung, die auf ein E-Auto abgestemmt ist. Die Ladestation muss man sich halt selber raussuchen. Nur sollte eigentlich ein Elektroauto eine elektroautoangepasste Software haben. Na ja, in meinen Augen jedenfalls. Mein Eindruck der Fahrassistenzsysteme ist so ein bisschen gemischt. Die Autoparkeinrichtung funktioniert mal und mal nicht. Parallelparken geht noch einigermaßen. Der erkennt halt die Parklücke, dann drückt man auf den Knopf und dann parkt er da so rückwärts ein. Aber senkrecht parken, das hat er nie so richtig hinbekommen. Da muss er also, ich benutze es gar nicht, meine Frau ab und zu und die muss er dann auch manuell nachlegen. Irgendwie ist die ganze Sensorik auch so ein bisschen daneben. Das gesamte System, das mosert stellendig rum und fordert zur Fahrt in die Werkstatt auf, wo weder der Händler noch Opel selber noch Stellantis irgendwie in der Lage sind, das Problem zu lösen. Leider ein Wermutstropfen im Bedienkonzept und der ansonsten wirklich klasse Zuverlässigkeit der Plattform. Hier sind es, das sind einfach nur die Sensoren und der tote Winkelassistent und diese Parkautomatik, die kurz ausfallen. Und das sieht dann so aus, hier hast du dann die Fehlermeldung und normalerweise nach einer halben Minute geht es dann wieder. Das scheint dann irgendwie so ein Kontaktproblem mit irgendeinem Stecker da zu sein. Die Scheibenwischer funktionieren super, nur die Wischautomatik, die ist da irgendwie etwas überfordert. Mal werden Regentropfen nicht erkannt, vor allen Dingen, wenn man aus der Garage rausfährt und dann kommen die ersten Tropfen oder wenn man noch schlimmer, wenn man die Wagen draußen stehen lässt und es regnet, dann merkt man das irgendwie nicht. Und dann wieder wird ohne erkennbaren Grund einfach mal gewischt. Und manchmal wird bei, zum Beispiel bei sehr leichtem Nieselregen dann auf einmal hektisch auf höchster Stufe gewischt. Da weiß ich nie so richtig, was los ist. Die Einstellung, die gibt es für die Empfindlichkeit, aber das ist, bisher habe ich noch nicht kapiert, in welche Richtung was ist, da ich keinen wirklich definitiven Unterschied zwischen den Einstellungen erkennen kann. Und naja, und ähnlich geht es auch irgendwie mit der Schildererkennung. Ja gut, die funktioniert schon meistens, aber eben nicht zuverlässig. Diverse Updates haben das zwar verbessert, aber so ganz klappt das auch hier nicht. Also da gibt es Besseres bei anderen Herstellern. Die jeweilige Geschwindigkeit, also Höchstgeschwindigkeit kann ich automatisch übernehmen lassen, allerdings ohne Kulanz, die bei anderen Fabrikaten eingestellt werden kann. So dass man beim 50er Schild den Tacho auf 53 einstellen kann, anstatt 50, wenn man ja vorher weiß, dass der Tacho drei Kilometer vorgeht. Was mir vor ein paar Wochen das erste Mal passiert ist, war eine Fehlermeldung, die für mich neu war, nämlich dass der Reifendruck nicht stimmen sollte. Als ich den aber kalibriert habe, war der Spuk plötzlich vorbei. Keine Ahnung, was da los war. Also da ist irgendwie mit den diversen Sensoren irgendwie was im Argen. Also anscheinend ist da auch der Kahnbus ein bisschen dran schuld, weil in den Fehlerprotokollen der immer wieder auftaucht. Positiv ist, dass der Wagen einen Notfallassistenten hat und daher ständig online ist. Dadurch gibt es auch kleinere Updates, also als OTA, also Online Over the Air, ohne Werkstattbesuche. Nur Kartenmaterial und Grundsatzupdates, die müssen dann über einen, also wie ich finde, extrem komplizierten Prozess über Memory Stick gemacht werden. Naja und hier, der Blinkerhebel, der sitzt für mein Empfinden falsch, der ist einfach zu hoch. Und der Widerstand zwischen Kurzblinken, also einmal nur antippen und Dauerblinken ist sehr niedrig, sodass man schnell, statt dreimal kurz zu blinken, ins Dauerblinken wechselt. Also das können andere auch besser. Die Funktion des Keyless Entry ist mittlerweile erheblich besser geworden, was bis vor kurzem fast überhaupt nicht geklappt hat. Da musste ich den Schlüssel aus der Tasche holen und dann irgendwie ans Fenster halten, bevor er den gesehen hat. Aber das ist mittlerweile jetzt durch den Update besser geworden. Am Lenkrad selber wird links der Fahrassistent und von mir fälschlicherweise Autopilot genannt. Ich nenne das immer so. Und das stellt man hier ein und rechts Radio und Telefon. Also Radio ist in meinen Augen viel zu kompliziert zu bedienen. Zum Beispiel UKW und DAB sind getrennt. Und das zeigt auch wenig bis überhaupt nichts an Informationen an, die man bei anderen Herstellern bekommt. Lautstärke, Senderwechsel, Telefon ein, das ist einfach. Die Spracheingabe ist da völlig was anderes. Naja, das Telefoninterface ist für mich völlig intransparent. Also ich kann nicht sehen, wo genau das Problem liegt. Wenn ich versuche, die Kontakte zu synchronisieren, sagt er, nö, kann ich nicht. Wenn ich dann einen Namen sage, sagt er, nee, den kenne ich nicht. Der ist nicht vorhanden. Wenn ich dann aber anhalte und manuell die Daten aufrufe, dann ist der Name da. Naja, und das sorgt halt für Ablenkung, anstatt den Fahrer zu entlasten. Und dass ich dauernd anhalten muss und einen Namen manuell raussuchen muss, das kann doch nicht in 2023 so sein. Aber so ist es leider. Und die Eingabe, also beim Navi von Adressdaten, das ist völlig Banane. Wenn ich in England bin, aber Deutsch spreche, muss ich erst die Systemsprache des Autos auf Englisch stellen, um eine Adresse in England eingeben zu können. Sonst versteht ihr die überhaupt nicht. Genauso in Frankreich oder was immer. Das heißt also, meine Muttersprache ist jetzt Englisch und meine Frau, die kann fast nur Englisch und deswegen ist natürlich alles auf Englisch. Und eine Adresseingabe in Deutschland durch Spracheingabe in Deutsch ist völlig unmöglich, weil der Wagen auf Englisch eingestellt ist. Aber da hören die Probleme nicht auf. Auch wenn ich die Systemsprache auf Deutsch stelle, kann ich bisher, also ich glaube nicht ein einziges Mal auf eine erfolgreiche Eingabe durch Sprachsteuerung zurückblicken. Ich kann sagen, okay, Navi navigiere zu, was ich weiß, zu Ikea oder Edeka oder Lidl. Da erkennt er das dann. Aber wenn ich irgendwo in einer Stadt bin, wo ein Lidl vielleicht fünf, sechs Kilometer entfernt bin, zeigt er mir ein Lidl an, der 80 Kilometer entfernt ist. Das ist so völlig banale, was das System hier war. Ich weiß auch nicht, was das ist. Nur wenn ich sage Navi at home oder fahre home oder sowas, dann kriege ich eine brauchbare Reaktion. Sonst nix. Null. 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 Das ist ein Armutszeugnis. Naja, die restlichen Menüpunkte im Business, also die sind dann mit Ach und Krach akzeptabel. Also mir fehlt halt immer irgendetwas. Und das, was ich gerade sehen will, beim Laden fehlen, da wird keine Kilowatt eingetragen, äh, kein angezeigt. Da steht nur, ähm, wie viele Kilometer. Aber damit kann ich ja nichts anfangen. Ich kriege auch keine Ladekurve angezeigt. Das eben, was mich interessieren würde. Wenn mir da die Kilometer, die geladen werden, angezeigt werden, ist ja das Rhein-Akademie. Ich weiß ja nicht, worauf sich das bezieht. Ich weiß vorher auch nie, wann der Ladevorgang abgebrochen wird, wenn ich zum Wagen komme, um etwas in den Kofferraum zu packen. Oder wenn ich etwas holen will, oder einfach nur, um nachzusehen, wie weit der ist. Das finde ich extrem frustriert. Das habe ich doch nicht durchblickt, wann genau der mit dem Laden aufhört und wann nicht. Weil mancher macht das manchmal nicht. Was ich auch nicht verstehe, ist, warum bei aktiviertem Tempomaten die Ströme so unheimlich variieren. Auch wenn ich bei konstanter Geschwindigkeit auf ebener Strecke fahre. Das heißt, ich fahre, weiß ich, bei 55 und der springt hin und her zwischen 5 und 11 und 5 und 11 und dann 4 und 12. Ich weiß nicht, warum der da so dermaßen hin und her springt. Also der Tempomat, der Abstandshalter und der Spurhalteassistent, das ist auch nicht vorausschauend, sondern die reagieren immer nur auf Ereignisse kurz vor dem Fahrzeug. Das heißt also, wenn da irgendwie so eine Verkehrsinsel kommt, würde der voll darüber brettern, weil der einfach nicht die Zeit hat, darauf zu reagieren. Der guckt also nicht mal 15 oder 20 Meter nach vorne, sondern 5 Meter. So, und wenn dann eine Insel kommt, dann hat er natürlich keine Zeit auszuweichen. Also schalte ich alles aus, sobald ich sehe, dass da irgendwas kommt oder dass ich auf Verkehr auflaufe oder sonst was, weil dann bremse ich langsam selber ab. Das übliche Problem übrigens mit der Erkennung stehender Fahrzeuge vor mir, das habe ich eher selten. Und das finde ich sehr positiv. Das zeigt mir, dass es nur die Software ist, die hier schlecht programmiert ist. Die Sensorik, die kann das. Die Aktivierung hier links der Assistenzsysteme am Lenkrad, das erfordert einige Eingewöhnung. Das habe ich bei anderen Autos schneller drauf gehabt. Naja, die Franzosen waren eben schon immer etwas eigen. Das Bedienkonzept ist dann halt etwas, was man lernen muss. Ich persönlich finde es wenig intuitiv oder was, aber man gewöhnt sich halt an alles. In der Funktion sind Tempomater und Abstandshalter, die sind okay. Der Spurhalteassistent weniger. Der Wagen, der wabert ständig zwischen rechtem und linken Rand hin und her. Man ist nie entspannt, muss ständig eingreifen. Und er meldet sich, der piept und pfeift bei allen möglichen Sachen. Aber wie das zum Beispiel beim Ioniq ist, der gibt dann so einen kleinen Dong, dass der Spurhalteassistent jetzt abgeschaltet, sich abgeschaltet hat, wenn er überfordert ist. Das sagt dann, aha, ich muss jetzt aufpassen. Hier beim Mocker macht er das nicht. Da muss man gucken, ach, das Licht ist aus. Der lenkt ja überhaupt nicht. Das hat also zu einigen hektischen Aktionen dann schon mal geführt. Irgendwie, das Ganze ist, ich weiß nicht, das ist zwar insgesamt Funktioniertes, aber ja gut, die Erkennung eines vorhandenen Fahrers, die erfolgt kapazitiv. Das ist also schon mal positiv, dass da keine Lenkbewegung erfordert ist. Aber das funktioniert auch nicht immer. Und das ändert aber wenig am Gesemteindruck. Weil wenn das nicht funktioniert, da kann man sich nicht darauf verlassen. Aber manchmal ist es halt super, da tut man halt das Knie direkt ans Lenkrad und muss nicht alle 20 Sekunden dahin fassen. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie auf der Autobahn ist und dann mal 10 Minuten Autobahn fährt. Und positiv ist, dass der Spurhalteassistent sich sofort beim Betätigen des Blinkers abschaltet. Zwar keinen automatischen Spurwechsel ermöglicht, aber auch wieder positiv, der Tempomat, der wird also beim Wechsel sofort wieder schnell. Der beschleunigt also sofort wieder, wenn man eine höhere Geschwindigkeit eingestellt hat. Und das geht sehr schnell. Und auch der Spurhalteassistent, der orientiert sich sehr schnell wieder an den Fahrbahnrennen und übernimmt dann direkt wieder. Das geht alles sehr zügig. Das ist positiv. Also ja, es ist immer wieder dasselbe. Wir haben eine solide Hardware-Plattform. Also das stimmt alles. Ich weiß nicht, wer die entwickelt hat. Ob das, weiß ich nicht, Peugeot oder wer immer das jetzt war, gemacht hat. Das finde ich super. Nur die Software. Ich weiß nicht, ob das die Franzosen machen oder die Deutschen. Keine Ahnung. Aber da passt einiges nicht zusammen. Das hinkt irgendwie hinterher. Und das zieht sich durch den ganzen Wagen so durch. Also was mich extrem stört, ist die Reaktion. Das ist nur ein Beispiel. Auf vor mir fahrende Fahrzeuge, die abbiegen. Weil der Wagen fast anhält, eine halbe Stunde wartet, damit der Abbieger auch wirklich komplett abgebogen ist. Und dann wird ganz vorsichtig wieder beschleunigt. Normalerweise schalte ich das ab und mache das manuell. Da muss ein Entwickler irgendwann mal ein Fehler unterlaufen sein, der dann überkompensiert und übervorsichtig das dann realisiert hat. Also das hatte ich bei meinem A8 damals auch nicht. Beim kleinen Seattle auch nicht. Also doch, da war es auch so ein bisschen, aber nicht so dermaßen drastisch. Also hier der Lichtschalter, der ist sensationell unauffällig. Das Fahrlicht selber ist in meinen Augen eigentlich genial. Es ist eine aktive Matrixbeleuchtung. Das heißt, die misst ständig, was vorne los ist und dann wird das Licht entsprechend angepasst. Und bei den wenigen Fahrten muss ich zugeben, bei denen ich das sehen konnte, da hat es perfekt reagiert und immer genau das Licht an die Stellen geworfen, an denen ich es gebraucht habe. Das war klasse. Also da kann ich nichts dann aussetzen, sondern nur loben. Die Sitze selber vorne sind super bequem, manuell für so ziemlich jeden Fahrer einstellbar. Aber manuell, nicht elektrisch. Die Materialien im Innenraum sind für mich klasse, sind durchaus ausreichend. Da oben alles schön weich und haptisch ansprechend ist. Dass weiter unten dann Hartplastik eingesetzt wird, das ist mir eigentlich egal. Der Klavierlack auf der Mittelkonsole ist extrem überflüssig. Dafür sind die Armauflagen an den Türen super bequem. Hier unten die Seitenfächer in den Türen sind leider so geformt, dass ich beim Ein- und Aussteigen immer dagegen haue und entsprechend dann Kratzer hinterlasse. Aber sonst ist für mich das Platzangebot mit Ablageflächen ausreichend. Hinten ist das was völlig anderes, weil da der Platz stark eingeschränkt ist. Es gibt keine Fläche für eine Auflage der Oberschenkel, aber zwei volle Isofix-Adapter. Die Rückenlehnen sind getrennt umklappbar, aber es gibt keine Mittelarmlehne, es gibt keinen Durchlader, solche Sachen gibt es alles nicht. Was mir schon öfters gefehlt hat, ist eine Leuchte für die hinteren Sitze, da man dort bei Dunkelheit nichts sehen kann. Dafür gibt es eine in die jeweiligen Außenspiegel integrierte Seitenleuchte, die Hindernisse neben dem Wagen super ausleuchtet. Das ist in meinen Augen eine Luxusfunktion. Die kenne ich nur von wirklich höherwertigeren Autos. Und der Kofferraum ist okay in der Größe, hat aber auch nur ein Lämpchen. Also es war wohl ursprünglich ein ebener Boden geplant, nur gibt es die Abdeckung irgendwie nicht. Und so bleibt der Kofferraum ziemlich zerklüftet und unordentlich. Und naja gut, darunter ist noch so ein kleines Fach, da kann man ein paar Sachen unterbringen. Aber ansonsten ist da wenig Ablagemöglichkeit. Die extrem billige Hutablage, die stört ständig. Und da habe ich sie ganz rausgenommen und lasse die halt in der Garage. Und nein, es gibt keinen Frunk vorne, deswegen fliegt das Typ 2 Ladekabel, was übrigens nicht serienmäßig dabei ist, immer im Kofferraum rum. Vorne ist dafür, wenn man also zum Beispiel Wasser nachfüllen will, ist die Haube sehr einfach zu öffnen und wird dann auch durch Gasdruckdämpfer oben gehalten. Die Heckklappe ist ausreichend groß, aber nicht für Geld oder gute Worte elektrisch zu betätigen. Mir persönlich fehlt das aber auch nicht nur durch dieses Drücken in einer Gummilippe unterhalb der Stoßstange geöffnet werden muss. Das ist nur mit einem Wort zu beschreiben, bescheuert. Also vorne ist das dann wesentlich einfacher. So, das Fahren selber. Das ist unauffällig. Mir gefällt der tolle Spurt, bei dem, ich meine, kürzlich war da so ein, was war das, ein QS5 oder was, der war neben mir und wollte unbedingt vor mir auf die Autobahnauffahrt. Der musste sich aber dann doch hinter mir einreihen, weil er einfach nicht vorbei kam. Und da sind dann diese 100 kW oder 136 PS plötzlich irgendwie viel mehr. Aber naja, über 80, dann ist der Schluss damit und da wird's gemütlich, bis die 150 Höchstgeschwindigkeit erreicht sind. Aber für die Stadt ideal. Und wie gesagt, also der Verbrauch oberhalb von 100 oder 110, das macht dann keinen Spaß mehr. In der Stadt ist es klasse, zum Beispiel beim Rückwärtsfahren die Kamera, diese Split-Screen-Ansicht, die hilft beim Rausfahren aus der Einfahrt, weil dann links und rechts etwaiger Verkehr direkt gesehen werden kann. Auch mit dabei ist eine Rundum-Sicht von oben, die allerdings mehr recht als schlecht gemacht ist. Also die Auflösung der Kamera ist auch nicht so toll und die Sensoren, wie gesagt, sind auch nicht, naja, es geht halt. Aber das Fahrwerk selber ist eigentlich ganz gut gemacht. Man hört, dass die Hinterachse schnell poltert, wenn da so Kanaldecke oder sowas kommt. Aber sehr positiv ist die Geräuschdämmung. Also der Wagen ist für mich sehr leise und die Fahrwerkskonstruktion, also die Geometrie finde ich super, weil Kurven mag der Mocker und er lässt sich durch den tiefen Schwerpunkt sehr neutral bis zum Grenzbereich fahren. Was darüber hinaus passiert, das habe ich noch nicht überprüft oder probiert und werde es vermutlich auch nie machen. Obwohl normalerweise ist das eine Übung, die ich immer beim Auto mache, damit ich weiß, bis wohin ich gehen kann. Aber hier habe ich irgendwie Schiss durch das Gewicht der Akkus, dass ich den dann hinterher nicht mehr aufgefangen kriege, deswegen lasse ich es lieber. Also der Wagen hat ja Vorderradantrieb und das merkt man beim Beschleunigen. Da merkt man dann sehr deutlich den Nachteil, dass die Reifen dann sehr schnell den Grip verlieren, vor allen Dingen, wenn es ein bisschen feucht ist. Die drehen dann schnell durch. Und da muss man halt aufpassen, sich darauf einstellen und dann genau lernen, wie man das dosiert. So, eine solide Plattform, bei der Stellantis dringend auf die Software achten muss. Und das endet jetzt bei der App für das Auto. Und das ist eine einzige Katastrophe. Allein die Anmeldung ist eine Zumutung. Ich gehe jetzt nicht auf die Schritte ein. Man bekommt keinerlei Rückmeldung, wie weit jetzt was genau fortgeschritten ist oder was noch alles fehlt. Das ist ein Wahnsinnsaufwand, der da getrieben werden muss. Und ich weiß nicht warum. Aber plötzlich sieht man dann auf dem Telefon etwas, weiß aber nicht genau warum. Und wenn man jetzt etwas machen möchte, dann geht das zu 70 Prozent gar nicht. Entweder es ist ein Serverfehler oder man bekommt rein gar nichts gesagt. Wenn man zum Beispiel das Auto vorwärmen oder kühlen will, kann man nur auf einen einzigen Knopf drücken. Und dann hat das geklappt oder nicht. Das ist für mich, also irgendwie, ich verstehe das nicht. Das ist ein für mich nicht nachvollziehbares Detail, dass die Vortemporierung nur gestartet werden kann, wenn der Akku mehr als 50 Prozent geladen ist und mir nicht gesagt wird, wenn er über 50 ist, ob er es jetzt geklappt hat. Ich meine, mittlerweile gibt es aber nach diversen Updates manchmal, nicht immer, das ist auch immer das Problem, manchmal den Hinweis, dass der Akku unter 50 Prozent ist und deshalb das Vorwärmen oder Kühlen nicht geht. Da ist man dann schon dankbar für diese kleine Anzeige. Aber sonst gibt es keine Rückmeldung, ob der Wagen was macht oder was die derzeitige Temperatur ist. Dabei ist der Wagen, wie bereits erwähnt, mit Global Sim und OTA ausgestattet. Eigentlich super. Aber die Software, ich weiß nicht, ob die von Frankreich, von den Franzosen kommt oder von Opel, keine Ahnung. Und wenn der Wagen lädt, dann sollte man in der App eigentlich den SOC, den State of Charge sehen, was aber nicht immer passiert. Wir wurden mal 52 Prozent angezeigt, was aber der Ladedauer unwahrscheinlich war. Deswegen bin ich dann doch hingegangen, habe den Ladevorgang abgebrochen und im Auto selber war der Akku dann auch zu 85 Prozent voll. Das ist super, dass mir das wenigstens vorne angezeigt wird. Ein Hinweis vom Support war, dass eventuell die Mobilabdeckung fehlt. In der Stadt? Na komm. Und warum kann man das nicht angezeigt bekommen? Also die Signalstärke gibt es nicht. Also das ist nicht gerade befriedigend. Wenn ich denn dem Auto zum Beispiel eine Zielinformation übermitteln will, was laut ab möglich sein soll, bekomme ich oft die Information, dass ich ein Auto mit Navi benötige. Na, danke dafür. Die App ist ja auch genau wie die Sprachsteuerung nur in der Landessprache bedienbar. Ich habe das auf Englisch gemacht, konnte es aber in Deutschland nicht machen, weil man davon ausgeht, wenn einer in Deutschland lebt und durch die deutsche Passkontrolle gekommen ist, dann kann der auch Deutsch. Ja, für mich die einzige Möglichkeit war daher, Englisch in Irland auszuwählen. Was für endlose Probleme gesorgt hat, da alle meine Fehlermeldungen in Irland ankamen, die damit nichts anfangen konnten. Ich vermute, dass daher die App, übrigens ohne mehr was davon zu sagen, plötzlich abgeschaltet wurde. Ich musste erst alles neu installieren und zwar auf Deutsch. Ja. Dafür wird einem auf einem anderen Schirm dann, da werden dann verschiedene Nachrichten angezeigt. Auf einem Schirm, gleich eine in Deutsch, dann eine auf Englisch und eine weitere auf Französisch. Die Maßeinheit für den Verbrauch ist immer noch Liter auf 100 Kilometer und in der Hilfestellung erklärt mir, dass dieses Symbol, was ich da sehe, für das Vorglühen der Kerzen vorgesehen ist. Naja, die Franzosen waren immer schon etwas eigen. Und meine regen und ausführlichen Kontakte mit Opel haben eigentlich wenig ergeben. Und haben mir gesagt, es könnte sein, dass die Garage den Empfang des Autos stören würde. Aber kann man denn das Signal oder so die Qualität irgendwo ablösen? Nö. Auch werden Farben, die ja eigentlich alle aufgezeichnet werden sollten, einfach überschlagen. Der Wagen steht dann an einem Ort, so wie hier, da war ich vor Stunden und wenn ich den Weg dann berechnen lasse, dann ist das ein Fußmarsch von einigen Stunden. Obwohl das Auto hier in der Garage steht. Und das passiert fast täglich, dass aufgezeichnete Farben und die Realität dann stark unterschiedlich sind. Das ist dann auch sehr unbefriedigend, wenn man hinterher wissen will, wo bin ich denn Wege fahren? Und da wird auch nicht angezeigt, wie viel Kilowatt man auf der Fahrt gebraucht hat oder sowas. Das wäre für mich eine sinnvolle Information, aber das gibt es eh nicht. Was löblich ist, für mich zumindest, ist die Update-Frequenz der Karteninformation. Leider, wie gesagt, ist der Prozess sehr aufwendig und lang. Die geänderten Daten werden nicht einfach an den Wagen geschickt. Na ja, ich muss dann eben das auf dem Rechner installieren, dann über mehrere Stunden komplettes Kartenmaterial übertragen auf den Stick, dann den Stick in den Wagen einschieben und das ist immer ein Spiel. Weil der Wagen darf dabei nicht abgeschaltet werden und darf auch nicht dabei geladen werden. Das wäre ja dann super, wenn man das könnte in der Zeit, aber das geht irgendwie nicht. Ich bekomme auch keinerlei Rückmeldung, wie lange das dauert. Und ich weiß auch nicht, wie lange das noch dauern kann, dass ich also zum Beispiel jetzt fünf Minuten noch mal länger bleiben, sitzen bleiben kann und dann war es das. Nein, ich muss den Wagen eingeschaltet und angeschlossen und alles in der Garage stehen lassen und dann irgendwann zurückkommen und dann ist das Update halt passiert. Aber wie lange das dauert, weiß ich nicht. Wenn es hier eine Anzeige gäbe, wie lange das dann, dann könnte ich das ja planen und bei der Fahrt updaten. Aber das gibt es eben nicht. Na ja, die Franzosen waren schon etwas sagen. Gut, mein Fazit. Ein Auto, ideal für die Stadt, interessant gestylt, ruhig und doch straff vom Fahrwerk her. Es ist ein sehr präzises Fahrwerk, das leider zum Rumpel neigt, mit einer saumäßig schlechten Software. Würde ich es kaufen? Absolut. Weil die Vorteile eigentlich die Nachteile wettmachen. Weil wenn ich sehe, was ich hier für 40.000 Euro bekomme, das ist schon enorm. Und das ist jetzt vor der Förderung. Wenn ich mir das nächste Auto, was in dieser Region irgendwie schwebt, das ist der Smart Hersteller 1 oder was immer. Die sind dann schon wieder, was ich, 7.000, 8.000 Euro teurer. Also das hier reicht für die Stadt super, als über so als Autobahn, Dauerfahrt und so weiter nicht geeignet. So, das war's. 1,5 Streu, 1,5 Streu, 1,5 Streu, 1,5 Streu, 1,5 Jahre Mokka-E. Tschüss!